Ja, willkommen zurück. Können wir irgendwas einkaufen? Hast du irgendwas relevantes für uns? Können wir irgendwas verkaufen? Käse verkaufen? Warum nicht? Warum willst du nicht? Hab doch im Lager. Nee, hab ich nicht. Ah, verdammt. Oh, hier. Hast du irgendwas, was ich benötige? Nö, nicht wirklich. Hier kann ich mich momentan totschmeißen. Ein Händler ist eingetroffen. Das ist gut. Was hast du denn im Angebot? Ich möchte hierher mir Waren verkaufen. Ah, das wird von automatisch voll. Nö, Sand habe ich auch nicht mehr. Lager mal um. Verkaufen, transportieren. Gut. Gut. Ich muss die Wellen mal wieder ein bisschen leerer kriegen überall. Nö, 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 nö. Hier, komm. Was ist denn? Blattgemüse. Ich muss schon mal hin und her transportieren. Gut. Ich brauche mehr Leute. Hier, wo ist das Haus? Langsam kommt es, ne? Sehr schön. Hier fehlen Leute. Definitiv. Oh, und hier die. Sehr, 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 sehr gut. Ich muss erkranken. Das ist nicht schön. Mehr davon. Komm, machen wir das gleich mal voll. Drei Durchbrüder zugewandert. Jetzt müsste hier irgendwo noch eine Sammlerhütte entstehen. So entstanden sein. Vielleicht sogar schon. Mit Holz. Deine Außenposten. Definitiv Holz. Okay. Da hin. Wo haben wir noch? Das ist dein Arbeitskreis. Wo dein Arbeitsplatz ist. Mal den. Packen wir nicht da hin. Hier hin. Hier hin. Oh, das ist schon ein neues Gebiet. Oh, das ist schon ein neues Gebiet. Wo habe ich da hin? Ja, dann kommt wieder Holz knapp, ne? Gut. Wie sieht es bei euch aus? Heute langer wieder Holz reinkommen. Was soll ich da für tun, dass wir erstmal auf Stufe 3 kriegen? Kann ich das ausbauen? Dann hätten wir eigentlich auch schon alles so weit gezeigt, ne? In dem Spiel. Ist ja da nicht mehr viel. Müsste dann die letzte Ausbaustufe sein. Wird besser. Es wird besser. Das ist gut. Alle Händler abgezogen. Tschüss. das wird diese obstmilchpunkte könnt euch und hat geheilt ich führe das meiste Zeug gar nicht so schnell los wie ich es kriege frischer Fisch wird hin transportiert haben wir voll Kerzen aufgestockt die Morden die wir überschüssig haben weg kann ich hier noch was hinbauen stimmt da habe ich ja habe ich hier einen Häusler abgerissen habe ich hier einen Häusli abgerissen Dorfbewohner geboren wenn ich hier Stufe 3 habe ähm Ressourcen abbauen wohl Kahlschlag hier so immer her damit immer her damit der Sammler ich habe noch mehr Kumpost sehr gut verbessern wir das gleich noch nebenbei jaja 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 neuzio von stille Brunnen jaja 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 Firschland äh jaja 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 ne was sie denn eine fische in reichweite die folie soll nicht fertig ne hauungsvorräte knapp da passiert ja auch nicht viel ein bisschen mehr gas sauberen wasserquellen haben wir ob ich eher mal lieber das empfehlen hier das kommt immer gut an sollten die leute ja mal ein bisschen holt euch doch einfach fleisch la galea man fehlt es auch an allem ne Einfach an Holz. Es fehlt einfach an Holz. Ist voll besetzt. Du bist voll besetzt. Einfach mehr davon. Jetzt haben wir sowas gar nicht ab. Oh. Ähm. Ein obstiger Obstbauer. Was haben wir denn hier eigentlich? Kannst du wenigstens was Neues? Also hier haben wir Bill. Hier haben wir Birnen. Okay. Pflanzen wir jetzt eigentlich wenigstens was Neues und machen wir Bürsiche. Bill. Entfernen. Ja. Das. Das. Ich eime neu. Apfel. Eine Birne. Kann ich noch hier irgendwas hinsetzen? Umziehen. mit Hitsen davon. Neuer Hinder ist eingetroffen. Gut. Äh. Vieh brauche ich erstmal nicht. 64 Plünderer. Ich kaufe mal ein paar Schuhe ein. Gut den Plünderern. Hier hat Räckchen. Hallo. Hallo. No. Ihr Eulen-Nervsägen. Ihr seid nicht stark. Ihr seid nur mega nervig. Wir versuchen jetzt ernsthaft eine Mauer einzureißen. Ja. Jetzt müssen wir die erstmal ersetzen. Was hast du denn noch zu bieten? Der Preis ist nicht so geil. Ich würde gerne nehmen. Der Preis ist teuer. Dafür habe ich kein Geld. Dafür habe ich einfach kein Geld. Gehen wir hin. Gehen wir hin. Gut. Dann müssen wir schneller laufen. Jetzt kommen sie erstmal nicht wieder. Warte mal. Wir müssen uns hier mit dem Zeug versorgen. Gehen wir hin. Gehen wir hin. Keine Dorfwohner mehr über. Ja. Ja. Kann ich jetzt? Ja. So. Der Dicke. Leute, habe ich jetzt... Müssen wir vielleicht irgendwas abkaufen? Ja, Brennholz. Kaufen. Jetzt habe ich wieder Geld. Gut, tschüss. Oh, dann geht es schlechter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir gucken, dass das, dass... Können wir vielleicht noch ein paar Rinder schlachten? Gut, hätten wir das. Lager voll. Gut. Diese E-Lanning, die geben wir hart auf Eier. Es sind schon sieben. Es wird mehr. Es wird definitiv mehr. Was sagt da nicht mehr ein Dings? Was schafft was voll? Aber es scheint irgendwie auch zu sein, dass die Gräber verschwinden an der Zeit. Gibt ja hier so eine Rune und dann gibt es ja schon die hier. Oder hat das etwas mit dem Status zu tun, den sie haben. Lager voll. Oh, nicht. Viel haben wir momentan nicht. Wo stehender Schneesturm und ich habe kein Essen. Und ich habe auch keine sonstigen Ressourcen. Okay. Gott. Jetzt liegt das Tor. Ja. Jetzt wird es interessant. Könnte auch mit Kohle heizen. So ist es nicht. Einfach mit Kohle heizen. Lachs. Wo brauche ich denn überall viel Lachs an? Hier. Könnten wir das... Könnten wir rausnehmen. Lachs brauche ich nicht. Können wir das noch mit rein. Können wir das noch mit raus. Können wir mit raus. Karotten. Gut. Und... Well, cool. Nee, cool passt hier nicht rein. Und das noch rein. Mit Flachs kann ich mich totschmeißen. Einmal Rüben, Karotten, das. Auch einmal Flachs mit drin. Können wir rausnehmen. Ähm... Ähm... Hier. Haus. Buchweizen. Nur noch Buchweizen mit rein. Haben wir ein bisschen... Haben wir ein bisschen Abwechslung. Personal. Der Kühlung gestorben. Neuer Eingang. Hat's überlebt. Ich hab's doch überlebt. So, es... fängt rum und repariert alles. Oh, er fehlt jetzt an Personal. Was hat denn der Händler für mich? Hat der irgendwas Wichtiges? Vielleicht will er mir auch Waren abkaufen. Nein. Oh, Arznei. Gut, hätten wir das. Weizen. Nehmen wir mal mit den Sohnslager auf. Kannen will er nicht. Ein Händler ist eingetroffen. Ich bin jetzt noch ein Händler gebrauchen. Der mir irgendwas abkauft. Was Sinnvolles abkauft. Goldärzt. Ne. Nö. Jetzt können wir vielleicht was Sinnvolles abkaufen. Was ich auch im Lager habe. Das wäre sinnvoll. Habe ich, habe ich. Macht keinen Sinn. Keinen Sinn. Wo sind denn die Raubtiere? Brauche ich denn hier noch Raubtiere? Ah, schön. Ich sammle jetzt das ab. Ist der eigentlich für das hier gekommen? Ja. Oh, hier oben ist der Fisch. Gut. Die Dinge auch schon. Das ist immer so dramatisch. Okay. Jetzt wird es noch gebaut. Jetzt haben wir hier eine Sammlerhütte. Nehmen wir mal mit. Okay. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.